Hallo zusammen, ich bin Can. Heute zeige ich euch, was man bei der Soltastik in der Lehre alles macht. Als Lernende macht man eigentlich alles. Man schraubt zum ersten Mal die Unterkonstruktion aufs Dach, die Pernels befestigen und die EC-Leitungen im Wechselrichter anschliessen. Am meisten Spass in meinem Beruf macht man das draussen sein und jeden Tag etwas Neues zu lernen. Soltastik ist für mich modern, kollegial, familiär und auch sehr sicherheitsbewusst. Für die Lehre in unserer Firma Soltastik sollte man sicher wetterfest sein, denn wir sind immer draussen bei Wind, Schnee, Regen und man muss sicher auch genügend Interesse haben für den Beruf. Als Lernende bei der Firma Soltastik bekommt man zum einen Mal Reisespesen rüber plus den Lehrmitteln, die alle gezahlt sind. Die Stimmung bei uns im Team ist sehr gut, sehr familiär. Ja, es kann eigentlich jeder gut mit jedem. Wir haben im Jahr ein, zwei Team-Events. Zum Beispiel gehen wir Skifahren oder machen irgendetwas anderes, was cool ist. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich doch noch heute bei uns bei der Soltastik. Ciao zusammen! Wir sehen uns beim nächsten Mal.